Was können wir vom Hofpeters lernen? Diese Frage hat sich auch Föderalministerin Karine Lallieu gestellt. Auf Einladung von Antonius Antoniades war die Brüsselerin in Emmels zu Gast und hat sich die Einrichtung des Hofpeters angeschaut. Es ist wichtig, eine Gesellschaft viel mehr inklusiv zu machen. Unsere Arbeitsmarkt ist nicht inklusiv heute, weil es nur die Produktivität gibt. Und wir lassen auf den Weg viele Personen, viele Familien. Für den Hofpeters war der Besuch ein Zeichen der Wertschätzung der eigenen Arbeit. Durch diesen Besuch wird unsere Aktivität nochmal dargestellt. Wir bekommen ein Öffentlichkeitsbild. Aber vor allen Dingen, man kann schauen, oder das Interesse, was die Ministerin und der Herr Minister hier haben, ist schon interessant. Wir sind ein Teil der Gesellschaft und das ist wichtig und das sollte auch wieder hervorgebracht werden. Essen zubereiten und für die Lieferung vorbereiten. So zeigt der Hofpeters auf, dass die Integration von Unterstützungsbedürftigen auch einen großen Mehrwert für die Gesellschaft in sich trägt. 20 Personen mit Unterstützungsbedarf finden hier momentan einen Arbeitsplatz und eine Gemeinschaft, in der sie aufblühen können. Wie lange bist du denn schon hier? Seit 22 Jahren. Uns gefällt dir auch? Ja. Was magst du denn am meisten? Die Pergelschmügel. Der Hofpeters war dabei nicht der einzige Grund für den Besuch der Ministerin. Minister Antoniades empfing seine Parteikollegin auch, um einige andere Themen anzusprechen. Die Priorität ist auf jeden Fall der Umgang mit den Energiepreisen, mit Benzinpreisen hier in der Deutschlandgemeinschaft und in Belgien. Und das in Kombination natürlich auch mit der Aufnahme der Menschen aus der Ukraine. Das sind zwei Dossiers, die doch sehr wichtig sind. Und ich denke, dass das auch zeigt, dass wir für alle Menschen da sein und da sein müssen. Sowohl für diejenigen, die hier leben, als auch diejenigen, die wir hier aufnehmen und ihnen Schutz bieten. Dass die DG und ihre Bevölkerung gemeinsam Lösungen findet, zeigt der Hofpeters und seine vielen ehrenamtlichen Helfer.